Ganz herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming, heute Valheim Mining quasi, mit dabei, der Phil, seht ihr eh, der sitzt noch im Lager, ähm, wir sind hier im Dunkelwald unterwegs, kräftig am Erze abbauen, oder kommen Freunde? Oh, okay, dann klopfe ich die erstmal, weil ich muss gerade gemerkt, ich muss erstmal reparieren. Ich kümmere mich drum. Jo. Da seht ihr schön, Nahkampf mit Phil. Wie verhaue ich Kraylings, Powered by Philly, das scheiß Kupfer. Ja, was man da wegklopft, wie wenig man eigentlich rauskriegt, gell? Ahja, das ist, das ist nicht gar viel. Hast du mal einen Kupfererz-Ater gesehen, da ist nicht so viel drin. Oh. Oh, wenig, auch nicht. Oh, jetzt ist meine, meine Hämmerle kaputt. Ah, ja, ich muss nämlich auch gerade reparieren. Ja gut, das Teil kann ja hier nicht reparieren. Ich gehe mal nach den gucken, Feuerstein'sche. Wobei, ich glaube, die gibt's im Dunkelwald gar nicht so. Nee, ich hab's, also ich hab gar nicht gefunden. Ja, vielleicht machen wir uns auch einfach jetzt auf den Heimweg. Ha, die Scheiß. Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen mehr Kupfer mit, oder? Ich kann keins mehr abbauen. Was, keins mehr abbauen? Nein, ich hab meinen, der Meisel ist doch kaputt, der Hirschgeweihmeisel. Die Geweihspitzhacke, oder was? Genau, ja. Ja, die kannst du aber reparieren. Nö, hier nicht. Doch, doch, hab's doch gerade repariert. Ach. Wieder was dazugelernt, dankeschön. Bitte. Bitte. Jetzt renne ich in meine eigenen Verteidigungsanlagen rein. Bis mal. Das war's. Die musizieren mit den Steinen. Geiler Beat. Kling-Klong. Ja, gucken wir mal, dass wir hier auch alles schön einsammeln. Und den Kupfer. Kling-Kling-Kling. Ja, das Kupfer brauchen wir. Zusammen mit dem Zinn können wir dann Bronze machen, dann kriegen wir eine Bronze-Axt. Mit der Bronze-Axt können wir dann härteres Holz schlagen, können wir schön Möbel bauen. Mit Bronze können wir Schwerter und bessere Rüstung machen. Ich schätze, wenn wir dann ein geiles Schwert haben, dann lässt sich halt doch noch mal besser kämpfen, als mit so einer Stein-Axt. Ja. Definitiv. Genitiv. Genitiv, da tief. Das wird dann ein ordentlicher Fortschritt sein für uns. Können wir auch vermehrt vielleicht mal eine Trolle angreifen und mit Trolle uns wieder Umhang machen. Da gibt's noch. Aber das geht in die Erde rein, ne? Klob gerade? Jetzt habe ich das da noch. Versteckte falsch? baut uns jetzt ein burggraben hier ja ich glaube nicht aber ich weiß gar nicht ganz voll die geile ebene dann machen wie glatt das hier ist wie ein baby popo so glatt ist dann auch nicht ganz ehrlich nochmal zehn kupfer hier reingeschmettert aber auch noch zehn 28 haben jetzt ja ich würde sagen wird jetzt gerade hell oder wird es gerade dunkel ich weiß nie die himmelsrichtung hier fragen ob ich glaube wenn dann wird glaube ich dunkel oder sind schon weichen im ding dass man dann den nächsten tag einmal abwartet und dann uns noch auf würfelsuche begeben selbst davon ja kurz gerade mal gucken was ich brauche um noch besser pfeile hat holz und federn die habe ich mache noch ein paar feuerpfeiler die sind auch noch federn im dings drin ja die habe ich genau ich habe jetzt gerade aus lag noch draußen gern weil die feuerpfeile sind das stimmt ja mit 2 stufe scheiße können wir den bauen ne keine feuersteine einfach mit ja dann lasse ich die sachen doch noch ja hier also federn hier lassen und hart hier muss ja so okay ein paar verteidigungsbäume gefällt das hast du rund um gutes sichtfeld so okay jetzt was nehmen wir warte mal ich muss noch was essen wenn ich genug dauer eine beere bei fleisch habe ich noch dabei und sonst alle kann gar mal 30 10 mitnehmen bin ich schon fast voll wir laufen halt mehrmals das haben sie sind nicht so weit ne nehmst du auf würfeljagd ach so entschuldigung habe ich vergessen einmal pennen und dann würfeljagd die würfel brauchen um ein kohlemeiler aufzubauen weil sonst habe ich probleme der kohleproduktion gut nicht leh zusammen gut nicht leh es läuft gut schön am feuer oh ich habe heute nicht geträumt dunkel es ist ja auch noch nacht ich fange an zu frieren und jetzt regnet es auch noch ich hole mich jetzt einfach aufs bett und gucke ins feuer alter stürm das draußen ich habe übrigens noch ein bisserl komm wieder rein wird gold äh äh edles holz habe ich noch ein bisserl gekriegt ah ok super einmal holz aufs feuer geschmissen brutzelt hammer alle 240 gewicht hat es 10 und 280 deswegen wenn du dann ein schiff hast du ein schiff reinladen wieder raus das ist dann saugeil so jetzt sitzen wir hier am feuer schön schönes bildet gemacht schön unser kleines lager was gerade sagen was ist jetzt los ich will mir noch was ausprobieren achim fällt mir jetzt gerade ein haben wir noch holz da hier drin irgendwo gerade ja ich habe noch hier ich schmeiße es gerade in die vorderste grube und ich will schon mal ausprobieren ob es geht auch vergiftung muss meine konstruktion was ist gemacht ich habe eine decke eingezogen dass der rauch da abzieht aber auch die wände waren hier zu klein der rauche schon direkt hoch was machst du jetzt da probier was aus zwischendeckerei ja es geht ach sehr geil hochregallager ja ich habe kein holz mehr warte ich habe da nur eins ist nur die frage ach ja nochmal kommt noch dran ja vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen nach hinten schieben ja vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen nach hinten schieben hast du noch holz ja liegt hier bei mir das hat nicht gereicht ja doch da müsste jetzt nochmal ein bisschen was runter gekommen sein wo ich habe gerade über dir ein stück decke noch abgebaut ich habe aber nichts nur fünf reicht aber nicht ich brauche zehn holz für eine kiste aber warte ich habe draußen noch jetzt hier hier ist ne hier 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 Also jetzt auch Platz. Wenn wir das jetzt so machen können, dann brauchen wir auch das Holz nicht immer irgendwo hinschmeißen, sondern dann können wir wirklich immer alles in die Kiste nehmen. Weißt du was wir sagen, wir machen eine Steinkiste, wir machen eine Holzkiste, eine Jagdkiste. Müsst ihr nur noch beschriften können. Müsst ihr nur noch beschriften können. Oh, das ist eine gute Idee. Kann man doch mit den Schildern? Ja, da brauchst du aber Kohle dazu, das haben wir eh nicht. Doch, das liegt in der Kohle. Vielleicht wäre es besser, wenn die Kisten natürlich quer stehen. Könnten wir ja natürlich auch machen. Weißt du, in unserem Dorf bauen wir eine Lagerhalle mit Kisten, dann quer und wenn wir dann das Schild davor drauf machen könnten, das wäre doch geil. Ne, du kannst das Schild nicht drauf machen. Du kannst das Schild nur an der Wand hängen. Okay, dann, aber das kriegen wir hin. Dann machen wir halt Doppelstock unten. Ja, du könntest ja so eine kleine Wand unten vorne dran, warte mal, an Holzfuschten. Genau. Ja, an Holzfuschten geht's. Ja, also wenn dann die Kiste quer vorne dran steht, dann passt doch das perfekt, oder? Ja. Hey, das machen wir. Ja. Geil. Super. Ah, das Spiel ist genial. Mega, oder? Nach oben hin, baust du schon einfach alles voll. Genau. Hochregallager. Ja. Geil. Super Sache. Ah, das Spiel ist genial. Ah, das ist richtig geil. Das macht so fun. Hau, wie lange stürmt das jetzt. Das nervt mich jetzt. Das macht so fun. Ja. So, da haben wir Jägerkiste und Waldkiste. Da haben wir das da her. Das gehört auch da dazu. Da haben wir da unten drin, da ist Kernholz, Edlsholz. So Sachen müssen wir dann aber unterscheiden. Holz, Edlsholz, Kernholz, also davon hast du ja auch theoretisch viel. Ja. Das ist ja schon ein gutes Stück hier erkundet, du. Gefällt mir. Der scheiß Sturm könnte jetzt aufhören. Ich bin gespannt, was man so äh… was noch so kommt mit den, mit den Zapfen und so, was man da noch machen kann. Überleg mal, wenn du einen Pflug hast, du kannst ja die Buchen samen einpflanzen und bei den Zapfen steht es ja auch drauf, was du machen kannst. Ah, echt? Ja, ja. Also Zapfen, Kieferzapfen pflanze ihn, damit eine neue Kiefer wächst. Pflanze es, damit eine neue Tanne wächst. Dann haben wir hier noch Karottensamen. Wenn du Karotten magst, solltest du sie einpflanzen. Ja. Ja. Weißt du, da kannst du quasi dir einen eigenen Kieferwald daheim bauen und brauchst nicht hier immer einen Dunkelwald für das Kernholz. Ja. Eben. Ich glaube, das ist hier nur ein Zweck davon, dass du, wenn du das Holz brauchst, dann hast es schön. Direkt bei dir anpflanzen. Bei uns haben wir ja, die Fläche haben wir hinten dran, dadurch, dass wir schon mächtig Abholz haben. Ja. Eben. Wobei wir da natürlich auch Ackerland brauchen, aber wenn wir eins können, dann abholzen. Abholzen. Eben. Abholzen. Abheizen. Abheizen. Wir zünden es einfach an. Ja. Sollen wir nochmal schlafen? Geht das? Ja, vorhin ging es nicht, jetzt geht es auch nicht. Pisst immer noch, Mann. Aaaaah. Oder soll man schon mal rausgehen und einfach erkunden? Ja, oder? Ja, wird es auch so eine scheiß Warterei hier jetzt. Ausrüsten. Jo, bin ready. Alter. Ich habe noch zwei Minuten dreißig für ITIC hier. Ecktür, heißt der. Ecktür. Dann halt Ecktür. Wohin laufen wir jetzt? Einfach mitten rein, oder was? Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal mitten rein, oder? Okay. Jupp. Ähm. Ich habe Ecktür, habe ich bereit. Also. Ja, damit dauert es eben noch zwei Minuten dann. Ja. Wir laufen oder rennen? Ja. Ich mache immer so... Ach, da ist wieder einer. Ja. 2. Ich finde es immer so geil, wenn er mit der Rückhand schlägt. Erst Vorhand und dann Rückhand nochmal voll eine drauf. Ja. Ja. Sprints lege ich als ein. Bis die Ausdauer auf die Hälfte ist, dann laufen wir doch. So. Da geht es nicht weiter. Also schön auf Skeletons oder gleich Höhlen Eingänge achten. Ja. Höhlen Eingänge. Da vorne links, da vorne sind Skeletons und sieht aus wie Ding. Ja. Sammle gerade noch Pilze ein hier. Jawohl, da ist der Eingang. Ah, noch einer von links. Ja. Sehr schön, Bart. Sehr gut. So, jetzt holen wir... Oh, was ist hier? Hier sitzt ein Vogel ober drauf. Ist das ein Vogel? Baller den mal ab. Vogel? Ja, ist schon weg. Ah, das sind die Raben. Woll ich mal noch gucken. Ah, da hinten unten ein anderer Vogel. Warte mal. Scheiße, ist er weggeflogen. Da ist er. Da ist er. Warte, warte, ah! Sorry. Da ist ein Dorf. Das sind Raben. Ich glaube die bringen ein bisschen mehr, weißt? Okay. Ja gut, jetzt gehen wir da rein. Vorne ist ein Zaun. Ah, da ist schon eine Hütte. Ein Dorf sogar. Ähm. Ich müsste kurz warten. Ich habe nicht nur 53 Energy. Haben wir es jetzt gleichzeitig aktiviert. Zehn Sekunden, ja. Ich muss es gerade eigentlich noch sagen. Ach, die scheiß Nässe. Hä? Bei mir läuft das oben eigentlich hier noch? Ja, bei mir. Da läuft irgendwie auch bei mir was. Ah, ne. Und ich habe das noch 4 Minuten. Ah, okay. Alles gut. So, ich habe jetzt auf 70. Das wird reichen. Okay. Grabkamern. Gleich vor der Nase, ja. Geh mal wieder da links rum und dann eins nach dem anderen. Ja. Jupp. Komm, du hast das Schild, oder? Geh du doch voraus. Jupp. Oh, da geht's ab. Du hast doch ein Megahammer. Du hast doch ein Megahammer. Ach, stimmt. Haha, wir sind weit weg. Schmehrter. Du bist voll tot. Hä? Warum bin ich jetzt tot? Weiß ich nicht. Mach das Ding mir auch schaden. Nein, wir haben kein Teamkill. Stimmt. Oh, ich bin wieder trocken. Was ist das? Ja, ich war gerade mit trocken. Äh, okay, ich komme zu dir, Garant, ja? Jo. Magik. Ach, die haben ein paar Bogenschützen dabei. Ja, ja, gibt's auch, ja. Also, einen Würfel habe ich schon mal. Komm her, Freund. Da ist er wieder, der Filie. Wo war das jetzt? Hier bei mir ist es. Links, gell? Links, hier rein. Oha, nackig. Nackig, scheiße. Da links habe ich schon alles geklärt, ist gerade aus. Moment, lass mich jetzt mal ausrüsten, ja. Zieh mal die Hose an, du. Und dann futter gleich was. So. Hier ist ein Schleer, gerade aus jetzt. Da hab ich gerade abgeräumt. Da war leer, oder was? Da ist nichts mehr drin, ja. Ist jetzt nur ein Würfel. Hier ist noch eine Tür, da war ich auch drin. Ja, da war ich schon drin. Und da hinten auch? Ja. Gegenüber? Ja. Mitte haben wir auch noch nicht. Dings. Kiste. Geld. Pfeile. Stimmt, die Kisten. Da gab es noch vorher noch einen. Die müssen wir noch einmal gucken. Gelb, Pfeil und einen Rubin. Willst du mir das Geld schnell rüber schmeißen? Hier. Ich hab eh schon Geld. Scheiß auf sie nicht. Ja, er schmeißt ihn dorthin, wo er guckt. Naja. Was ist hier? Kiste. Nochmal. Bernstein, Federn. Was sind das für Dinger? Okay. Jetzt hab ich die Steine genommen. Achso, sorry. Oh, da geht's. Lang. Nochmal Kiste. Bissl arg wenig Würfelgrad. Hä? Hä? Ah, das ist die. Das ist hier im Gang rumgegangen. Ja, ja, ja. Ah, dahinten geht's ja nochmal geradeaus. Jupp. Ach, hier ist auch schon. Da ist der Ausgang wieder. Erledigt. Also, das war's. Och, Mann, oh. Dann die Mitte. Na gut, meine Achse ist fast kaputt. wie toll. Ich hab noch. äh, ne normale hab ich halt. Já, geh schon mal her. Ja, geh schon mal her. good man her. Ja sieh. Ach, ich hätt auch noch die Keule gehabt. ist nur einer, oder? Really? Die scheiß Pils. Ich will die Würfe, nicht die Pils. hat einer hat noch gesagt man soll sich das markieren wo die dankenschen sind diese einsterne dinger die sind schon ganz schön hart ja Bernstein noch mehr Federn ich muss mal kurz was essen ja ich hab mich an der Schüttel ich will nicht die eine kiste noch mein zwei stück ist ein tor das heißt wir brauchen immer vier Würfel damit man Tore bauen könnte genau hier ist noch eine geschlossene Tür oh Pilze alles nochmal absuchen ich bin gerade nochmal durchgegangen hier nochmal Geld, Bernstein und Federn auf ups Entschuldigung ich glaube das war es oder ja hier ist nichts mehr mit Lagern und links waren wir ja so also da links habe ich auch gerade gesucht gehabt ich meine rechts achso also wenn man reinkommt rechts da waren wir ja sowieso gerade voll drin und mittlerer habe ich gerade nochmal komplett durch da ist nichts ok dann gehen wir jetzt zurück ins Camp bringen wir mal die Würfel in Sicherheit oder ja so und ich mache mir jetzt eine Markierung hier Karte da mache ich einfach D hin ich werde gerne mal in so ein Rabe schießen warte mal oh da vorne sind Kraylings gell aufpassen Fackel und noch mehr Geld ist ja Geld Bernstein Feuersteine oh ja ich auch vier Stück ich auch fehlen immer noch zwei und Blaubeerlies Achtung von hinten kommt einer aber wir sind hier eh im Grasland gell hier sind keine bösen Wichte deswegen findest du ja wieder Feuersteine noch eine Hütte? Warst du da schon? ja da war ich schon drin einmal zurück ins Camp die Dinger sichern ja weil es jetzt auch dunkel wird Waffen reparieren da müssen wir halt nochmal einen Ausflug machen vorne pass auf oh ja das sind auch drei Grüne ich habe fast keine Ausdauergrad ja also zurück und dann greifst du an was du hast zurück gesagt? ja zurück und dann oh komm abhauen abhauen oder? da kommen immer mehr fünf Stück umrinnen viel weg er lauf ich hab und dann hier 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 Ich habe auch die Würfel. Habe es. Ja. Drei Stück sind auch mir hinten noch hinterher. Okay. Ich renne. Da greift schon seine Hand auf die Base, ne? Ja, er greift mich an. Eine Energie. Ja und nicht. Ich muss erstmal rein. Ah. Ich mache das Tor zu. Ja. Das Haus rein. Ja. Erstmal erholen. Mhm. So, meine lieben Leute, das sind wir schon wieder am Ende. Schatzverfettig. Ja, diese Folge halt. Es geht weiter. Bleibt dran. Wir gehen gleich weiter. Schau die nächste Folge an. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschaui.